Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Nach einer zweimal verfällten Aufnahme Session Das heißt ihr habt wieder mal Sachen nicht gesehen Die ich euch gezeigt habe Zum Beispiel haben wir ein schönes Bad gebaut Das müsstet ihr in der letzten Folge gesehen haben Und auch wie wir das zu Ende gebaut haben Ihr habt euch bestimmt gefragt WTF, wie seid ihr jetzt auch mal dahin gekommen Ja, so eine Sache Fischkisten Nein, 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 nein Outer City hat entweder rumgespackt Die ganze Zeit in der Aufnahme danach gehabt Also so 10 Sekunden lang war die Aufnahme dann nur noch Und es kam so ein Geräusch Ja, und Fabio baut halt den Turm weiter Dann haben wir halt ein bisschen unten rumgegraben So ein paar Stollen Das habt ihr, glaube ich, auch alles in der zweiten Aufnahme gesehen Also, Superpass habt ihr nicht Wir haben eher Rohstoffe gesammelt und so eine Scheiße Ich habe halt eine Küche gebaut und so Und jetzt werden wir uns mal ums Inn-Design noch ein bisschen kümmern, ne Fabio? Ja, ich mache jetzt erst meinen Turm weiter Ich bin jetzt gerade Sand fahren Ich habe doch schon Sand mitgebracht Ja, dann brennen doch auch mal Ja, dann komm doch her Ich habe doch erstmal oben ein bisschen kaure Kohle gemacht Weil ich nicht so viel Kohle mitgenommen hatte Ich weiß eigentlich, wie du mitgenommen hast Du dir wieder in deine eigene Tasche gesteckt hast, oder? Ne, wir haben keine eigenen Taschen Ne, du hast keine Tasche? Doch schon, aber wir teilen ja alles Das ist ja dein Let's Play Ist ja dein Let's Play Ne, dein Let's Play Ich dachte, ich bin dein Let's Play, also Ne, ne Ich glaube, ich habe jetzt gerade miese 30 Oh, 30,1 Grad und instant, wo ich die Tür aufgemacht habe Sind es nur auf 29,6 Geil, ne? Ja, und wo hast du jetzt bitte die Fisch? Ich bin und im Keller ganz kurz, ich will ganz kurz was machen Weil die Decken mich hier aufregt Und diese erstige Treppe da sieht Tromm Aure Und was ist das denn hier? Das ist ja auch immer dreck Ja, komm, gib Glas Ich will weiter bauen Komm her Der ist doch Sand Ja, den sollst du dir aufheben Und drinnen Ja, 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 ja Ach ja, dann gibst du mir ein Glas Ich habe sogar kein Glas Ja, ich denke, du hast Ich habe Sand, habe ich gesagt kohle ist so achte kann ich noch mal zwei öfen mit voll machen gleich hier noch mal ein öfen ein griffen vor allem noch mal ich meine auch um die an ich weiß auch nicht wieso jetzt habe ich meinen hundschuh hier draußen rumkläffen den alten racker der süße liefst du hast ja trotzdem diamanten jetzt genommen du arsch ja haben wir doch ausgemacht werden wir nicht hat nein gesagt ich stehe doch gar nicht also die kann ich auch beide da reinpacken die wurden es letztlich jetzt mal mit und dann werden wir uns mal um den oberen bereich kümmern beziehungsweise das wohnzimmer weil ich will erstmal die räume oben ein teilen glaube ich ne die sind wichtiger die oben brauchen wir erstmal wolle und so eine scheiße dass wir mal schafe jagen gehen also heute doch um zum zimmer treppen noch treppen wo haben wir denn überhaupt ofen stehen der küche die küche ist so sagt auch das arbeitszimmer da muss man gucken habe ich das glas gebrannt bin dabei wegenfalls die kommt auf jeden fall unser schönes esszimmer rein da überlege ich gerade ein bisschen aber ich würde sagen wir machen auch nur noch in diese platten diese glasplatten je nachdem ja naja da kommen einfach mehr raus weil wir ja mehr brauchen er würde auch keine glasplatten und für die zäune und haben wir noch zwei auf die lage eigentlich so eine zäune damit arbeiten die netzchen so mir das mal aus jetzt wenn ich schon konntest oder wie der heißt sugarconroy naja was ist das wer ist das das fachstum gerade das ist um diesen pokémon englischer let's player pokémon let's play oder so ok pokémon interessieren mich jedenfalls dass er für einen der erste player auf ganz youtube geliehen so glaube ich doch der größte glaube ich egal und ja so warum unsere glatze ich denke mal die komplizieren so die zäune müssten sie bitte streichen und das so aussieht wenn man das jetzt hier noch mal so dekorativ so verwendet das noch nie so gemacht mit den zwei und ich habe keine mehr also wollen wir jetzt meine kräftigen box hin würde ich sagen schaden kannst du ja auch nicht immer die klatschen halt einfach mal hier irgendwo rein da hinten über die ecke passt das schon war eine kräftige box immer parat zum beispiel weiß ich immer noch immer zwei gemacht das ist unglaublich das wirklich nie vergessen wenn ich jetzt zum beispiel ein bisschen sinkt oder so wie die man so ganz so selten genutzt sofort vergessen also was hast du schon ein komischen form da ja das ist einfach ein aussicht zu tun ja was du hast du dann der vorgabe momentan den fertig zu bauen so wie er jetzt ist jetzt ist es okay ich muss aber mal kurz erlauben zu fliegen nehmen darf nicht fliegen dann werde ich es einfach machen ach man kann die einfach durchlaufen mit der spalte doch ist ja herrlich haben wir eigentlich die total nee weil wir keine obsidien haben ja das war das neva portal haben wir dort gelassen ja 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 unsere alten heimat da wo die kuppen noch geküsst worden und die fische ja ja und der fabi immer noch die fische gefüttert mit seiner gruppe ja wie sieht das gar nicht mal so schlecht aus wenn ich den einen wegreißen würde ich glaube das würde ganz gut passen ja wo bekomme ich jetzt klostein her los tun müssten wir eigentlich eine kiste haben so eine schöne ecke wo man so ließecken essen kann und ist jetzt nicht auf einem fetten thron immer so ihr wartet alle wache was ich euch sage aber gut die besten plätze natürlich hier weil man voll auf den fernseher glotzen kann von hier aus das geile dabei schauen wir das mit dem fernseher zu machen wo wir haben sogar noch klostein ja wie noch wem auch einen mainstein steiner und das ist der kreuz verbrennen jetzt hier nichts so da können wir hier noch mal ein bisschen mehr die kurzen als wohnzimmer habe ich gerade eine coole idee heute ja richtig geil hast du gesehen schade sieht auf jeden fall interessant aus also obsidian brauchen wir auf jeden fall auch für den fernseher oder so ne dem fernseher werde ich hier so ein bisschen einhaken denke ich mal fertig so kommt hier mittendrin soll der fernseher auch mal rein wenn wir einen besitzen sollten den wir auch immer noch nicht besitzen naja zu arm als das kommt hier hinten sollen vielleicht die pokerecke waren so ein poker so eine bar baum bei hätten wo soll jetzt der fernseher zum beispiel hier kommt der fernseher eine so rein naja da finde ich aber dass die bänke da ein bisschen zu maß ist ja okay so wenn ich hier reißen wir halt noch das innere dinge heraus aber ich finde es auch geil man sitzt jetzt so am esstisch und kannst von hier ist halt so richtig geil fernsehner gucken ist das ist doch da also du wolltest durchgehen oder was nein ich finde das sieht so besser aus weil du kannst hier so mies jetzt so ist es denn hier so nicht auf meinen thron das ist da mein thron das ist den geilsten platz von hier wenn du so guckst ja es ist doch schon nett aus oder naja hast du noch einen so und da kommt jetzt halt noch eine bar hin in die ecke ich weiß nicht was wir da hin bauen sollten wir ein paar mini platties hier ein paar noch mehr und können die spieler so noch gebrauchen so natürlich auch boden platziert so eine kleine mini war und das sieht doch gleich besser aus optimal den raum ausgenutzt kann man hier vielleicht noch so ein bisschen mies gechillt so rumsitzen kamen wir uns auch noch bauen denke ich mal das ist ganz herr ist so dass es nicht ja brennt am besten auch mal schauen wo wir den noch in bauen er muss so ganz okay hier sonst ein bisschen mehr licht ist auch genug da hat er noch los sondern naja ist ja sein ist okay ich sag nicht und dann sind wir mit dem auch schon mal fertig die konnten wir vielleicht auch hier so in diesen braun lassen wir hier machen sie könnte vielleicht so eine bücherecke in aber noch nicht ja egal in der ich glaube ich hab ja bücher haben wir müssen wir normalerweise haben der schalter hier auf 25 sonst ja du wolltest doch mal die witzungsschaltung man könnte jetzt auch jetzt in dieser aufnahme machen nee da habe ich jetzt moment keine lust doch hast du und außerdem hat das zeit mit der witzungsschaltung also du könntest du das zu oder ja ja weil ich dann wieder so verkabelt und du dich darüber aufregst und die dann wieder weg machst weil die schon da gut gewesen ist wo ich sie dann gelegt habe aber du riecht sich ja trotzdem jetzt gehen wir haben wir schon klar klein in einer kiste falls du dich interessiert dafür ja hier habe ich dahinter sind weil ich jetzt fertig bin damit bin ich aber das wird nicht reichen brauchen wir auch gar doch gar nicht reichen ich sehe möchte man das restliche zu groß schnell